Der Magenbeinpass war eine komplizierte Magenveränderung, eine Magenverkleidung. Und wir haben auch direkt eine Zufuhr zum Blinddarm gemacht. Also diese Operation war gar nicht so einfach. Aber ich konnte natürlich so viel weniger essen. Ich war 140 kg und dann bin ich einfach 80 kg runter. Und ich bin 1,73 m. Ich bin immer noch 10 kg zu schwer, aber in den letzten 10 kg bleibe ich fast nicht fort. Weil ich doch noch gerne esse so Pizza, Pasta, Schokolade. Und dann trinke ich noch viele Wochen Kaffee. Und dann zähle ich auch das so Pond heiteren. Wo ich etwa 6 bis 7 Mal so etwas zu machen. Das ist, was ich verstehe.